Jo, herzlich willkommen zum kurzen Informationsvideo hier bei mir. Morgen am 3. Oktober werde ich auf Twitch live streamen ab 20 Uhr. Ein kleiner Gast ist mit am Start, Mr. Po aus Spielestation. Von ihm wird man allerdings nicht so viel hören bzw. sehen. Er aus dem Hintergrund dann mit aktiv. Und 4 Stunden wird gestreamt von 20 bis 0 Uhr. TeamSpeak-Adresse wird wieder unten eingeblendet sein. Wie immer in meinen Videos könnt ihr auch gerne joinen und mit mir ein bisschen quatschen. Morgen werden wir ein bisschen Pokale jagen, die restlichen Mauern zusammensuchen. Und mal schauen, was sich so noch ergibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, Kings raus, ciao.